Victoria ist eine Freundin, die immer für dich da ist. Seit sie Australien vor ein paar Jahren verlassen hat, ist es ihr Plan, sich in ihr neues Leben zu stürzen und so viele Freunde wie möglich zu finden. Die Rainbow High hat ihr die Möglichkeit gegeben, ihre Flügel auszubreiten und ihre besonderen Fähigkeiten in der Metallbearbeitung und der Herstellung von Perlenschmuck in viele ihre Arbeiten einfließen zu lassen. Zuhause ist da, wo dein Herz ist. Mode und Accessoire Design.